So, lass dich in Ruhe! Hallo, Pote? Was machst du, Millie? Eine, eine, ich mach eine Salbe. Eine Salbe? Mit, mit Blü, Blumenöl. Und mit Seife. Und mit Wasser, klar. Und es sieht sehr gut. Ja? Ja, es sieht sehr gut. Boah, das war jetzt zu viel. Seht ihr, eine Riesenblitze entsteht. Aber, ich brauche es ja. Damit, wo reibe ich dann das? Bundesliga 5. Seht ihr? Jetzt muss ich da noch meine Füße rein tun. Deine dreckigen Füße? Ja, die bade ich jetzt. Toll. Schaut denn das aus jetzt. Ein ätherisches Bad. Für die Füße. Wollt ihr auch mal? Nicht ins Wasser setzen. Fast ins Wasser. Und dann müssen wir das einfach noch klein machen. Und dann das rein tun. Und dann zeige ich euch einen Zauberspruch. Ganz einfach. So. Dann tue ich den Rösen irgendwie hier rein. Ich muss ihn dann noch ein bisschen klein machen. Und dann kommt das Beste. Weil das wird denen echt helfen. Ich wünsche mir zum Beispiel dann was ganz Gutes. Magia, Magia. Alles in der Kraft hier drinnen. Mich verborgen sein. Lasst mich erwachsen sein. Alles große und kleine. Alles vorbei. Magia. Hex, Hex. Tadaa. Du bist ja klug. Ja. Okay. Jetzt muss es getrocknet sein. Ich werde alles getrocknet. Jetzt müssen wir mit... Ihr braucht einen harten Stein. Und dann... Und wenn es nicht geht, dann habt ihr es falsch gemacht. Dann liegt es da. Dann sind die falschen Blüten. Aber es ist auch nicht schlimm. So. Das war mein Tipp. Wie ihr schnell Wünsche füllen könnt. Ihr braucht Wasser. Dann tut ihr Seife rein. Und dann nehmt ihr so welche großen Blätter. Macht die kleinen, tut sie da rein. Und dann so welche blassenen Blumen. Montblumen. Gelbe Rosen. Rote Rosen. Und dann habt ihr es eigentlich schon. Und pinke Glüten. So. Das war's mit meinem Tipp. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Vergesst nicht abonnieren. Daumen nach oben. Und das sind unsere Vorschläge. Bye. So. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe.